Musik Unser heutiges Tagesziel ist der Fischerort Ahmet im Osten Balis. In der Nähe Kintamanis liegt der über 1700 Meter hohe Vulkan Gunung Batur. Wir fahren zu dem am Fuße des Vulkans liegenden See Danung Batur. Ein kurzer Fotostrom. Und hier ein kleiner Verpflegungsstand. Das Wetter meint es heute nicht gut mit uns. Ne, hier übernachten wir dann doch nicht. Weiter geht's. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Gunung Batur einmal ganz ohne Wolken sahen wir recht selten. Im Moment regnet es mal wieder. Dann führt unser Weg durch eine Gegend mit Heißfeldern. Das ist jetzt auf Wiedersehen. Daher kommt es in der Nähe Kinnung. Das ist eine Ausflugung. Das ist eine Ausflugung. Das ist in der Nähe Kinnung. Dann führt das in der Nähe Kinnung. Wir nähern uns unserem heutigen Tagesziel. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Und hier machen wir die nächsten Übernachtungen klar. Ist wohl was für Unterwasserspruch. Das von uns angemietete Zimmer. Noch ist alles sicher verschlossen. Von der Terrasse ein wirklich nicht alltäglicher Ausblick. Das von uns angemietete Zimmer. 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 Der Motor bleibt sicherheitshalber nicht an Bord. Das von uns angemietete Zimmer. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unser Restaurant Und ist das nicht Ellen? Tja, das macht ihn eben aus, den guten Videoreporter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017